Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die besten mobilen Klimageräte mit 3500 Watt Leistung. Warum gerade 3500 Watt? Naja, weil diese Klimageräte eine Kühlleistung von 12.000 BTU haben und damit perfekt für die allermeisten Räume ausgerichtet sind. Räume zwischen 40 und 50 Quadratmetern können am besten mit diesen Geräten gekühlt werden, womit sie mit die beliebtesten Modelle auf dem Markt darstellen. Vorstellen möchten wir für euch hier drei verschiedene mobile Klimageräte mit dieser Leistung. Zuerst unseren Vergleichssieger und danach noch eine günstige und eine oberklasse Premium-Alternative. Hier sollte nun also für jeden etwas dabei sein, also viel Spaß beim Video. Alle drei Geräte sind wie immer auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Starten wir das Video nun mit dem ersten Modell, mit der Midea Real Cool 35. Dieses Modell von Midea ist ein relativ neues Modell. Es kommt aus dem Jahr 2021 und ist auch in vielen anderen Leistungsklassen erhältlich. In der 3500 Watt Variante ist es laut Hersteller für Räume bis 43 Quadratmeter ausgerichtet. Das Modell wird mit einer Fernbedienung geliefert, ist aber auch per App steuerbar. Einstellen kann man hier vier verschiedene Modi, unter anderem auch ein Automatikmodus, in dem realistischer Wind simuliert wird, sowie die genaue Temperatur auf die Kommastelle genau. Außerdem einstellen kann man hier die Schwingung der Ventilation, die Geschwindigkeit des Ventilators, sowie auch eine Zeitschalte. Über diese kann man die Arbeit des Modells vorplanen oder auch nach einer gewissen Zeit ausschalten lassen. Zudem ist das Modell auch zusätzlich mit Amazon Alexa oder auch dem Google Home Assistant steuerbar. Zudem gefällt uns hier der sehr gut erreichbare Anschluss des Abluftschlauchs. Dieser ist sehr leicht zu installieren und wird auch mit einem Fensterkit geliefert, welches in nur wenigen Handgriffen angebracht werden kann. Sehr gut gefällt uns beim Midea Realcool 35 vor allem den sehr großen Kühl- bzw. Ventilationswinkel von über 100 Grad. Zudem kann das Modell in der höchsten Leistung bis zu 8 Meter weit kühlen und damit jede Person in einem 40-50 Quadratmeter großen Raum erreichen. Mehr Infos zum Modell über den ersten Link in der Videobeschreibung von den Kunden ist das Modell mit sehr gut bewertet worden. Über diesen Link findet ihr bei Interesse auch noch weitere Leistungsstufen des Realcool Klimageräts von Midea. Als nächstes möchten wir euch wie versprochen eine günstigere Alternative vorstellen und hier haben wir den AEG Chillflex Pro rausgesucht. Diese mobile Klimaanlage mit 3500 Watt Leistung ist ebenfalls für Räume von 40 bis 50 Quadratmetern ausgerichtet. Neben der klassischen Kühlfunktion, die hier über die Fernbedienung einstellbar ist, kann man das Modell auch noch als Entfeuchter oder als reinen Ventilator benutzen. Aber diese Multifunktionalität des Modells ist nicht das einzige, was uns am Chillflex Pro überzeugt. Zudem ist die Kühl- bzw. Ventilationsleistung in drei verschiedenen Stufen einstellbar und es gibt auch einen Automatikmodus, in dem das Modell die Kühlleistung der Raumtemperatur anpasst. Über die mitgelieferte Fernbedienung kann man diese wichtigsten Einstellungen alle vornehmen, sowie auch eine Zeitplanung erstellen. So läuft das Modell nur dann, wenn man es braucht bzw. nicht länger, als es wirklich benötigt wird. Einstellen kann man das Modell aber auch ganz einfach über die Touch-Bedientasten an der Oberseite. Hier gibt es zudem noch ein LCD-Display, welches uns die eingestellte Temperatur oder die verbleibende Kühlzeit jederzeit darstellen kann. Ein weiterer Positivpunkt ist, dass der AEG Chillflex Pro mit dem umweltsparenden Kältemittel R290 arbeitet. Damit wird der Raum nicht nur außerordentlich kühl gehalten, sondern man kühlt auch sehr energieeffizient. Wer möchte, kann sich aber auch für das Modell Chillflex Pro Silence entscheiden. Dieser ist nochmal leiser als der normale Chillflex Pro und besitzt zudem auch eine Heizfunktion, womit das Modell auch im Winter sehr, sehr nützlich ist. Mehr Infos zum Chillflex Pro und seinen weiteren Variationen erfahrt ihr über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch auch unzählige Kundenbewertungen durchlesen oder das Modell natürlich mit anderen mobilen Klimageräten vergleichen. Nun kommen wir aber wie versprochen noch zum hochwertigsten Modell aus dem Vergleich. Bei diesem Premium-Modell handelt es sich um den Trotec Sportcool PT 3500. Mit seiner Leistung von 3500 Watt ist er ebenfalls für mittelgroße bis große Räume ausgerichtet. Trotz der gleichen Leistung wie bei anderen Modellen kann dieses Modell aber ein höheres Luftvolumen als die meisten Modelle umwälzen, nämlich bis zu 600 Kubikmetern die Stunde, was für eine sofortige Abkühlung sorgt und zwar genau da, wo sie benötigt wird. Das liegt an den separaten Kaltluftleitungen, die problemlos in mehrere Richtungen aufgeteilt werden. Jede der Kaltluftleitungen lässt sich dabei zur punktgenauen Kühlung um 150 Grad neigen und 360 Grad schwenken. Damit ist der Sportcool PT 3500 vor allem für eine Punktluftkühlung ausgerichtet, was auch der Name Sportcooler schon aussagt. Bei der Punktkühlung wird wie auch bei üblichen Klimageräten am Thermostat die gewünschte Temperatur eingegeben und durch die separaten Kaltluftleitungen wird genau der Bereich ausgewählt, in dem das Modell wirken soll. Dadurch ist es auch möglich, das Gerät beispielsweise in einem Nebenraum zu platzieren und die Kaltluft über die Kühlleitungen in den Nachbarraum einzuführen. Außerdem wäre dies durch den im Lieferumfang enthaltenen Lufttransportschlauch möglich. Hier kann man das Modell sogar im Nebenraum platzieren, wenn die Tür geschlossen oder halb angewinkelt ist und man erreicht mit dem Modell damit auch Stellen, an die man schwer herankommt. Aber beim Sportcooler handelt es sich tatsächlich auch um ein echtes Multifunktionsgerät. Dieses kann nicht nur Punkt- oder Raumkühlung erzeugen, sondern dient auch zur Belüftung oder Entfeuchtung, da hier eine Ventilations- und Entfeuchtungsfunktion dabei ist. In Kombination mit der hohen Mobilität des Modells ermöglicht diese Einsatzvielfalt ein äußerst großes Anwendungsspektrum, wie etwa die effiziente Kühlung von einzelnen Arbeitsbereichen oder Maschinen- und Anlagebauteilen von Server- und Netzwerkräumen. Aber auch die Punktkühlung auf Veranstaltungen, bei Schweißarbeiten oder in der Gastronomie ist mit diesem Modell wunderbar möglich. Wer eine Steckdose hat, kann mit dem Sportcooler PT 3500 von Trotec kühle, trockene und angenehme Luft an jedem Ort schnell und verfügbar hinleiten. Dafür sind hier auch keine großen Installationsarbeiten erforderlich, das Modell ist sofort einsetzbar und kann dann ganz einfach über das LED-Display mit Touchtasten bedient werden. Auch gibt es hier eine Timer-Funktion zur Vorwahl von Einschalt- oder Ausschaltzeitpunkt und natürlich die Möglichkeit, die verschiedenen Modi hier auszuwählen. Wie gesagt, handelt es sich auch um das Premium-Modell im Vergleich, also preislich liegen wie hier einige Etagen über den zuvor vorgestellten Modellen. Wem das zu teuer ist, der kann sich ja beispielsweise beim Midea- oder AEG-Modell weiter umsehen. Aber wer das Geld hat und auch die Funktionen des Sportcoolers von Trotec unbedingt braucht, der kann sich zu diesem Modell über den dritten Link in der Videobeschreibung informieren.